Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail Adresse machen. Legen wir los! Das passiert, wenn man nicht kurz warten kann. Genau deswegen ist der Schulterblick so wichtig. So ist er bestimmt nicht weit gekommen. Der hat die Kurve doch bekommen. Also alles gut. Diesen Tag werden alle immer in Erinnerung behalten. Wer den hervorsehen konnte, sollte am besten Lotto spielen. Das sieht sehr nach Handy am Steuer aus. Und das auch noch mit einem Anhänger. Warum drängelt man auch so? Das ist doch wirklich nicht mehr normal. Die Reparatur wird teuer. Also schnell weg. Der war schon immer gut im Weitsprung. Nicht schlecht. Wenn da keiner ist, kann er da auch fahren. Das war's wirklich komplett. Wenn der den nicht berührt hat, war das echt krass. Der hatte ein persönliches Problem mit dem Stoppschild. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020